hallo ihr lieben heute haben wir wieder epoxidharz ich weiß das ist aktuell die videos sehr epoxidharz lastig aber ich hatte noch einige videos vorgedreht und diese sind jetzt so ein bisschen mal dran weil ich nicht ganz so viel zum basteln gekommen und oder ich hatte jetzt zum beispiel das tablett vor zwei wochen glaube ich und da dachte ich das will ich zeigen das will ich irgendwie unbedingt als video hochladen und dementsprechend wurde das dann so ein bisschen alles vorgezogen und ja dementsprechend also heute auch wieder ein video mit epoxidharz ich lasse diesmal das mischen vom epoxidharz mit drin um einfach auch noch mal ein mitzuerklären und dementsprechend aber berücksichtigen dass wie dass ich jetzt einfach das ganze ein bisschen schneller gemacht habe das meiste ist alles minimal schneller als video aber es ist mit drinnen damit ihr einfach seht was macht man wie macht man wie kann man zum beispiel rühren und ähnliches was ja beim epoxidharz sehr sehr wichtig ist nämlich das rühren dass das gut durchgemischt ist ihr seht vorher war es sehr klar jetzt ist es dann eben milchig geworden und man muss so lange rühren bis es nicht mehr milchig ist bis keine schlieren mehr zu sehen sind das ist manchmal nicht so einfach ich nehme gerne die durchsichtigen becher ich bin tatsächlich ein bisschen traurig dass diese plastik becher ja so nicht mehr hergestellt werden es werden ja nur noch die sachen an plastik becher verkauft die noch da waren seit anderthalb jahren glaube ich es gibt immer wieder noch vereinzelt man merkt aber auch dass die welt welcher sehr teuer werden also die die plastik becher die es noch gibt und aber ich nutze halt sehr gerne diesen durchsichtigen becher aufgrund dessen weil man es da einfach viel viel schöner sieht ob da jetzt noch was drin ist man kann besser reinschauen ob der stab ganz gut durchsichtig ist man kann von außen noch mal schauen ob da irgendwas zu sehen ist und dadurch finde ich die becher wirklich sehr sehr schön ich nutze sie auch viel häufiger und lasse das immer dann ausharten und ja und dann ist immer das rühren halt sehr wichtig dass man eben auch am rand rum geht damit das ganze dann halt wirklich gut durchgemischt ist und ansonsten unbedingt darauf achten handschuhe anziehen das ist ein wichtiger bestandteil ich habe damals mal gehört dass nitril handschuhe gut sind und wichtig sind die habe ich aktuell ich hatte zwischendrin auch mal ein paar andere ich habe noch nicht der optimale sorte jetzt gefunden wo das jetzt am besten mit geht also ist gerade wenn man irgendwie so bestimmte sachen an fest oder so also auch vom gefühl her und da kann ich also dementsprechend noch keine empfehlung machen und genau eine maske ist wichtig und genau dann gibt es eben ganz viele silikonformen das ist nur ein ist nicht mal ein winziger teil also ich habe gefühlte hunderttausend silikonformen und dann gibt es unterschiedliche farben mit pigment pulver oder pasten oder alkohol in farben diese sind dann eben dementsprechend dort rein zu rühren da so ein bisschen drauf achten gerade bei pigment pulver nicht zu viel rein machen weil sonst fällt das auf dann kriegt man es nicht richtig gut umgerührt und hier habe ich mich jetzt für so einen schönen petrol ton entschieden und dann noch einen wunderschönen bordeaux ton ich mag die farbkommis sehr ich habe sie schon mal bei vielen geschenk gemacht und diesmal ist es auch wieder ein geschenk diejenige hat es auch schon bekommen und dementsprechend kann ich das video jetzt auch hochladen und auch wenn ich nicht weiß wobei ich poste das bei mir auch immer in whatsapp oder so wenn ich irgendwie was hochladen also dementsprechend vielleicht hätte sie es gesehen und dann muss man das ja nicht vorweg nehmen und genau sie hat auch alle untersetzer bekommen also drei untersetzer wo ihr name drauf steht und dementsprechend waren das natürlich ihre der name steht drauf ich konnte mich dann aber nicht so richtig entscheiden also sie hätte theoretisch hatte ich nur eingeplant und konnte mich dann aber nicht so richtig entscheiden wenig jetzt schöner finde ich mag ja die uns jetzt untersetzer sehr mit diesem rand der ist andere sind halt ohne rand das ist auch okay aber wie gesagt die mit rand finde ich irgendwie haben irgendwo was zuhause habe ich allerdings einen großen untersetzer wobei auf arbeit mittlerweile auch also und da habe ich aus dem großen silikonform habe ich jetzt einfach einen untersetzer für mich draus gemacht wo man zum beispiel auch blumen eingießen kann und das da passen halt ein paar mehr becher drauf kaffee becher tee saft wasser und so ne sachen ja hier entforme ich das ganze ich nehme immer das resin vor dekor als harz und das ist in der regel spätestens nach 24 stunden gut durchgehärtet dass man dann eben wirklich weiter arbeiten kann man kann es auch vorher schon rausholen nach zwölf stunden dann kann man zum beispiel auch aus so einer normalen flachen silikonform also das harz dann dann so eine schüssel zum beispiel draus machen habe ich irgendwo glaube ich auch noch ein video und da muss man es halt eher rausnehmen weil sonst verbiegt sich ja nicht mehr und ja und bei mir geht es jetzt diesmal dann weiter es sind also nicht nur die untersetzer diesmal habe ich mich auch dazu entschieden ja den namen drauf zu machen bei den untersetzern und hab also mit meinem plotter ich habe mir den cricket joy damals geleistet vor anderthalb jahren und kann mir dadurch jetzt meine namen oder manchmal auch ein paar logon bild oder irgendwie so selber plotten braucht dafür jetzt nicht dass ich irgendwo die bestelle sondern ich kann sie selber machen ich bin kein profi drin für mich ist das wirklich eine spielerei deswegen habe ich mich auch damals für den cricket joy entschieden weil er wirklich klein ist und nicht so viel platz wegnimmt für die spielereien die ich damit mache vielleicht nutze ich irgendwann mal auch mehr aber aktuell ist es einfach für mich die spielerei eben mit den namen hauptsächlich und genau die gute frau die jetzt die untersetzer bekommen hat die heißt weronique beziehungsweise vero je nachdem wie man das wie man zu ihr steht je nachdem genau und hier bei dem plotter da wird es mit so einer transferfolie dann einfach übertragen auf den untersetzer manchmal ist es ein bisschen tricky ich lasse es ja plotten das heißt das wird so wie ausgestanzt aus dem joy genommen und dann hole ich halt mit der transferfolie diese durchsichtige hole ich mir das dann eben von der ursprungsfolie runter und klebst dann auch die transferfolie auf das weiße unterstück dann dazu es ist manchmal leicht tricky ich finde gerade und das sehr schwierig weil meistens die punkte oft verloren gehen und mir das leider nicht immer gleich auffällt und und aber hier ist diesmal alles gut gegangen es gab kein äh ü und i gab es jetzt nur bei veronique selber und das habe ich trotzdem sehr gut hinbekommen und genau die habe ich also drauf geklebt einer blieb ohne namen und genau dann habe ich noch mal das ganze mit klam hat rüber gekossen ich habe die auch in die form wieder zurückgetan weil das manchmal ein bisschen leichter dann ist das ganze da so ein bisschen schön zu machen und das ist manchmal nicht einfach weil mir oft genug das nämlich am rand immer runter läuft und als die jetzt in der form waren ging das ein bisschen leichter für mich klar man kann das mit latex irgendwie dann abdichten dass das da nicht runter fällt aber das wäre mir tatsache zu aufwendig das werde ich bestimmt nicht machen wobei man soll niemals sagen aber gut bei den randuntersetzern ist das natürlich viel bequemer man macht einfach rein und dann funktioniert das sehr super man verteilt einfach nur noch weil da kann nichts runter rutschen außer man kippt zu viel rein was ich aber nicht tue und dafür sind die untersetzer wirklich mega also die machen das leben schon viel schöner und einfacher und ja und hier ist dann tatsache das mit dem stäbchen angesagt also alles so ein bisschen vorsichtig unterheben dann so ein bisschen schauen dass das ganze auch gerade steht und nicht auch irgendwie auf einer ich hatte schon mal da habe ich dann so schön hingemacht und dann habe ich es falsch hingestellt da war irgendwo ein knubbel darunter es lag nicht komplett eben und dann war das irgendwie alles ein bisschen schief musste ich also dann noch mal machen und aber wie gesagt hier ist jetzt wirklich relativ entspannt dann das ganze diesmal abgelaufen ausnahmsweise und ich zeige euch jetzt gleich noch das ergebnis dazu und ich finde es sehr sehr schön geworden wie gesagt ich mag die farbkombination sehr und es wirkt nicht extrem wuchtig weil da auch immer wieder noch transparente anteile drinnen sind und dementsprechend ja ja ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe ihr seid nächste woche wieder mit dabei und ihr dürft mir gerne mal irgendwie einen kommentar reinschreiben falls ihr euch irgendwie bestimmte videos wünscht was ihr gerne noch mal sehen wollt oder ähnliches also da gerne inspiration auch für mich geben was ich gerne ausprobiere ich probiere mich ja überhaupt sowieso sehr gerne aus bei allem und dementsprechend ja genau und dann hoffe ich eben wie gesagt ihr seh wir sehen uns nächste woche wieder wobei ich überlege gerade also ne vielleicht nicht nächste woche ich muss mal schauen ob ich eventuell eine woche pause mache weil nächste woche ist ostern da sind die leute in der regel gucken die sowieso keine videos und dann gönne ich mir vielleicht einfach eine woche pause und ja dann erstmal noch einen wunderschönen sonntag und bis bald tschüss